Die Kirche hat Ihnen verboten, mit mir zu reden, seitdem ich gemieden werde. Das passiert in der Amish-Welt, wenn man von der Hochzeit wegrennt. Ich vermisse sie. Ich habe ihre Katie gefunden. Sie lebt jetzt ein anderes Leben. Wow. Wow. Catherine, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Wo warst du denn? Und da kam ich hierher, in der Hoffnung, deine Liebe wiedergewinnen zu können. Leben Sie ihn? Jeder von uns muss in seinem Leben erkennen, wer er sein möchte. Alles мной. Leben Sie in Ihreabiinden zu billion общем vor, wie sie die Leben Sie in Ihre Programme. Leben Sie in die butter. Leben Sie in das Hochzeit. Leben Sie in die Welt. Leben Sie in die Welt.